Okay, fangen wir an mit Kyakuzuki. Ich begrüße heute meine Zuschauer in der YouTube-World und ich werde versuchen, noch zwei Sprachen heute zu machen. So I say hello to all my YouTube viewers and I try to make it in two languages. So I hope you enjoy. Okay, so let's uns mit der ersten Bewegung von Kyakuzuki beginnen und zwar den Pfeilen lassen. Nach vorne Pfeilen lassen, mit den Knien über die Zehen kommen. Let's begin with the Kyakuzuki falling down. Let the body, the weight falling down over the feet. So, jetzt verbinden wir auch das Geistige mit dem, was wir körperlich tun. Das heißt, mir das auch im Kopf vorstellen, wie mein Gewicht über die Füße, in den Boden, und ich will nicht sehen. So we try to connect the spirit with our body movement. Okay, dann. Und wenn der Körper fällt, als nächstes kommt die Rotation. Und das kennt ihr schon von unseren Übungen, von der Seite hier drehen. Genau das machen wir jetzt auch. Und der Gedanke, dass das Körpergewicht fällt, das bleibt in unserem Kopf. Das heißt, ich lasse mein Körpergewicht fallen, das bleibt im Kopf, ich mache es nicht mehr so extrem mit. Und wenn mein Körpergewicht gefallen ist, von meiner Vorstellung her, gebe ich Druck vom rechten oder vom linken Bein. Rechts dreht sich mein Körper auf die linke Seite. Links dreht sich mein Körper auf die rechte Seite. So, only in our minds, we try to visible, the weight is falling down. So, the next movement in kyakutsuki is rotation. And the rotation begins with the weight is falling down and I push with my feet in the direction where I want to go. With my kyakutsuki. Und eins, ne, sam, sie, ho, rüttel, sitz, hals, hüttel, sieben. Ah, jetzt wieder versuchen, das zu verbinden, ja. Dass der Kopf mitmacht, als erstes, also ein Kopf hat, Gewicht fällt, Druck vom Fuß, die Drehung kommt, ja. And now connect this, all, weight is falling down, foot is giving the impulse and rotation together with the mind and body together. And now connect this, all, weight is falling down, foot is falling down, foot is falling down, foot is falling down, foot is falling down. Wenn ihr euch dreht, wenn ihr rotiert und den Punkt von dem Bein geht, ja, von dem Bein geht, schaut, dass hier die Linie erhalten bleibt. If you rotate and give and push with the leg, try to that this side stays in one line, knee and the outside of the foot. So don't break in. So when you fall down and push, try to let this line stay. Okay. Now the next step is the kyakutsuki, the technique, the technique of kyakutsuki. Der nächste, der nächste Schritt ist eben der Arm, der den kyakutsuki auch macht, ja. Und wir machen eine Zwischenstation, wir schrecken ihn nicht ganz, wir beenden bei Urazuki. Weil bei der Rotation, damit ich meinen Ellenbogen am Körper lasse, gehen wir nur bis Urazuki. So the next step is the kyakutsuki technique. And we make only Urazuki. So to prevent not to go outside with the elbow. So we stay inside, connected with the body. Arm, with the side, connected, ja. Arm, yes. I will make two movements, okay. Arm, yes. Arm, yes. San. See. This is the sky. Arm, yes. Me. San. See. This is the sky. Arm, yes. Es ist nicht so leicht, diesen Arm sofort zu schließen, es ist nicht so easy to close at one moment the elbow to the body. Okay, so now we try to extend the movement of Kyakuzuki in a full Kyakuzuki, yes? So we try to make this connection, take this connection, get this connection and then let it out. Okay, now, jetzt jede Bewegung. Now every movement we try to make Kyakuzuki. Begin a little bit to have to find this rotation thing and fall down and push up the legs. And six, nine, seven, six, seven, six, seven, six, eight, six, seven, seven. Okay. Good. Jetzt gehen wir in die Bewegung mit Schrift zurück, sodass wir sofort in ein Hamidachi kommen, gehen dann wieder zurück und gehen im Wechsel auf die andere Seite. Okay. Okay. Now we start to make Hamidachi or Sengsudachi with Hamidachi position. Okay. And we only rotate our arms in the body dynamic. So only the arms go with us. Okay. The important thing is, when we go behind, our body weight falls down and we sit on our back foot, on our back leg, very, very strong, very deep in the floor, through the floor, and in Europe, yes. Okay. We benim zweim inne age. And we permanece. We're op. In Buckluch, dukul, zwanzig ein, nazi ruong, zwanzig ein, إ Punto. Das war ganz gut, jetzt versucht man das vordere Knie stabil zu lassen. Diese Linie zu lassen, von hier aus. Nicht einzubleschen, sondern zu lassen. Wenn wir in Habidachi, ist es sehr wichtig, diese Linie zu halten, nicht zu brechen. So, wenn wir Rotate, das ist eine schwierige Part, wenn wir Rotate, wir nur die Hände öffnen. Und die anderen, unsere Legen stehen in die Richtung, wo wir wollen, um unsere Kerkel zu gehen. So, wenn wir Rotate, keep this line of knee and outside your leg. Versuchen das noch mal. Fünf Stücke. Das ist so das Schwierige, auch wirklich das Schwierige, das herauszufinden. Okay. And now we go straight to our Kyakuzuki. We go back, find the connection and let it out. From here, we go back and let the Kyakuzuki go out. Ah. Es ist weit genug. Every second rotation, we go back. Ah. Yes. V. Some. Two. Okay. Two. Heine. Some. Heine. д Heats. dess. omie. Alle Füße waren besser. Nahtsorgen im Bodymovement, jetzt war es eigentlich nur dieses Bewegen vom Körper her, versuchen alle Dinge, die körperlich stimmen sollten, so zu trainieren, was schon schwierig genug ist. Aber jetzt versuchen wir noch den Geist mit reinzubringen. Now we try to let the spirit in, the key floating with the body movement, so when we go back, our key is going straight ahead, it don't go back and go away, so it's going in the front of us. So where is the direction, where is the direction of our kyakutsuki? It's in the front. So my key, my spirit is there from the beginning, yes, until the end. It stays there and pushes me. I'm still here, my body is still here, but it pushes me in front of and so my technique becomes, I'm getting a flow. So, yes, and you can try to, on a partner with Makimaru in his hands, and try if you only make the movement with your hands or make the movement connected with spirit, what he feels in his hands when the punch comes in. So, yes. So, yes. Good. See one? Yes. Okay. Nice. Okay. 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 Yes. 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 You're welcome. Get connected, the elbow with the body, before it opens, and the last one, okay, and just relax. So this was Kyakutsuki for today. Next time I show Maashigeru. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita.